Ist das jetzt eine Lesbe oder was? Und wie? Warte mal, warte mal. Also gut. Wer ist es? Kenn ich sie? Wer ist nicht Schlampe? Sie heisst Charlotte. Und? Leiter spricht, hm? Machst du das her? Nein, 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 nein. Nicht schwebwitzen hier. Komm mal. Ich verwalte das Geld. Du machst sie jetzt mal hübsch. Mach dich frisch, zieh dich an. Komm, zack. Die Schuhe. Die hier kann ich unmöglich dazu anziehen. Ist egal. Hier, das für dich. So kann ich nicht rumlaufen. Ich seh aus, wie er... Du siehst sexy aus. Verdammt nochmal. Das weißt du ganz genau. Stell ich mal nicht so an. Vielleicht fällt's auf. Man muss es machen. Einfach machen. Sonst funktioniert es nicht. Das weißt du ganz toll. Vielen Dank.